Das ist doch egal Ich würd's nur sagen, die müssen halt gewinnen Die wird halt gewinnen Von daher hoffe ich, dass die offensiver sind Obwohl der Test ist da, glaube ich, ohne den Fake Shot direkt geflankt Oh, da kommt stark Hau rein Stark Aiwan Hier, Junge Das ist nochmal Torwart, Alter Loll Ah ja, Alex, Alex hat hier seine Groupies mitgebracht, oder was? Klar Sehr schön, grüße jenen an dich raus Ja, das ist doch noch Torwart, klar Ja, das ist doch noch Torwart, komm Komm Iniesta Werner Er lässt weiterlaufen Glätte durch den Vorteil gerät das Spiel Das war dumm Der da Gute Flagge Nice Versuch's Jonas wieder In Ordnung, weil ich kriegen da jetzt Macht's breit Mit Mitte Wollte eigentlich auf dich, dass du ein Pfund ziehen kannst Zieh durch Dank rein Oh, schade Ja Schön Ich geh raus Also ich geh Ja, ne, nur ich Halt Wenn auf dem zweiten kommst, sonst geh ich auch weg Lass mich durch, ich muss nach Brandenburg Ja Dennis Ja Gib'n Pfund Genau Oh, keine Ahnung Alter, wo ist der hin? Drüber Keine Ahnung Zustellen Richtig Nimmst du den hinteren Schocks? Geh ich noch mit In die Mitte weiter Die Lacke Oben Sauber, Bomi Ui Ich hab zu lange wartet, bis das einer in der Lücke warst Ja Sagt Fängt diesen Ball ab Hast du, hast du? Oh Also so Egal, gut reagiert nicht, hast du, alles gut Über den Kopf, dass der nicht über den Kopf kommt Ja Ich will eigentlich nur den Ball weg Langes Eck, Vorsicht, 32 Der ist langer, hier der Lang ist 82 glaube ich Ja, ich mach den Aber den hab ich gekrampt So, kurze Variante Da ist die Flanke Stark gespielt Ok, keiner kriegt Fokus, auch nicht verkehrt, sonst kriegt der Torwart ja wenigstens Habe ich gesehen, dass der Tricks kommt Ja, vor kurz, Achtung Ich kenn den Bossi Oh Oh, schaddi Oh, Mitte Ich wollte den weg kloppen Das könnte gefährlich werden Äh, darf ich den schießen, Jungs? Ja, ich probiere, mach das Das ist ein bisschen spitz, glaube ich Muss nicht sein, aber Mach das was für euch jetzt Dann doch Du machst Ansage Kade, kade 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 Komm Äh, Rf, Rm, Rm Bieten Ich seh den Ja, ich sag's schon Kommt Jetzt müssen wir aufpassen Jetzt müssen wir aufpassen Geht denn so aus? Ja, der war eher fängstig, wie sie sich mal kurz sagen Kommt, Trotz, wir waren Jan Box Muss ich nochmal? Ja Hallo Und da verlieren sie den Ball Werner Herr Der kommt nicht vor, oder was? Der kommt nicht vor, oder? Pff, ich hatte nicht, alter Da kommt der Piff Ey, was? Nur jetzt hier vorne nicht mal Vorne ein bisschen, nach vorne ein bisschen Vier, oder? Ja Außen ist wieder einer 2 sogar jetzt dann gehe ich noch ein bisschen weiter runter und dann kann vielleicht unten noch einer versetzt bei dem einen muss alleine mitlaufen schade mein pass ist rotz gewesen ich dachte er kommt ein von mir vorne unter da hätte auch ihn sollen auch fast noch nie genau wo mir nimmst du den ich setze mich ein bisschen machen ja den hier achtung ich habe den langen macht mal vor achtung auf den locken kommt da unten der wird gleich durchziehen wahrscheinlich jetzt werden die doch nicht wir uns mal kurz spielen nicht mal gleich alles das war nicht zu verlieren eine müsste auf den zweiten gehen fach der zieht hier oben ab da kommt Der Ball erst mal raus, gut gemacht. Schön. Rodriguez. Und das? Mitte? Ich würde mal in die Mitte werfen. Und der Ball wird weitergeleitet. Rodriguez. Oh ja, der kommt. Schade. Sorry. Können wir in der zweiten Halbzeit nur eine Hälfte machen? Würde ich fast behaupten, ja. Weil die sind schwierig eigentlich ziemlich am drücken. Weil da vorne haben wir kaum einen Spielstatsum, wenn wir mal den Ball haben. Ja, richtig. Malst du eigene Hälfte machen? Ja. Dieser Wernaido von denen ist eigentlich der... Den muss ich irgendwie denken, keine Ahnung. Dann wird das... Die werden jetzt immer mehr drücken, weil die müssen gewinnen. Von daher habe ich die Hoffnung, dass wir dann da an Konter fahren können, ja. Also wir spielen ja nicht nur auf Konter. Ich spiele eigentlich gut mit. Mehr eigene Hälfte und der Rest ergibt sich dann. Richtig. Auf geht's, Jun. Reinhalten. Machen wir erstmal noch einen Kaffee-Kränze. Laufersen auf Langlinie. Ja, 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 ja. Stark. Linie. Sorry, sechsmal schlagig. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Soll ich reinwerfen? Dann Leon vielleicht weiterleiten an mir. Probier denn jetzt? Letztes Mal es funktioniert? Jawohl. Funktioniert wieder. Noch einen. Was? Ich hab Tor gemacht. Mittenlinie? So stellen. Hey. Kommt. Fuck. Schade. Hätten wir den Schwung jetzt mitgenommen? Sehr schön. Stark. Im Rückraum. Okay. Oh, holt der nicht von meinem Fuß. Die hatten gar einen. Ganz außen? Jawohl. Wir hatten gerade garantiert einen Bolzen in der Hose. Oh, ja. Pushy-Mero. Kommt. Komm mal rechts abwerfen. Ja, ich mal lang. Okay, doch. Fox, kurz. E-Bälle dürfen wir nicht vernehmen. Ach, komm mal. Alles klar. Scheiße. Boah. Da ist der mir so hässlich versprungen, dass ich kein Pass mehr machen konnte. Pass mal rechts. Ach so, durchdurch. Flach wäre besser. Nee. Doch, flach wäre besser. Flach wäre besser, Alter. Nochmal. Bitte geht's. So wird's kommen. Sehr schön. Zehn. Da kommt der Pass. Komm. Aha. Ja, gut, er wusste sich aber durchfahren. Ja, ich hatte vorher schon gedrückt. Dann konnte ich nichts mehr machen, weil es Laufpass war, den ich gedrückt hat. Schick durch. Jawohl. Gut, der Ball nach draußen. Sehr gut dazwischen. Weg ist der Ball. Wird's jetzt gefährlich. Klasse. Danke. Und jetzt. Ich mach den Brand. Achtung, defensive hinten vierer Kette wieder bilden. Kommt. Oben, fein. Habe ich, habe ich noch. Pass auf, gelb. Leute, wir sind jetzt. War gut. Achtung, du mir. Wechseln. Halt er durch. Der ist stark. Oben läuft einer. Achtung. Schön, sehr geile Abwehr. Das ist ja eine richtige Abwehrschlacht jetzt hier. Aber das darf nicht passieren da, Alter. Ja, da wollte ich die Abwehrsfalle machen. Wo wir den Ball verloren haben. Warum gehen wir da in die Mitte, wenn der Ball ist? Tausch mal links, links, links. Machen das aber nicht dumm. Die ziehen den Verteidiger mit. Mh, schon mal die Krise. Egal, mal wie steht. Rückwärts. Ander Rückwärts. Ja, ist schwer. Die decken mich halt permanent. Das riecht krass. Ja, die machen es eh nicht schlecht. Dadurch können wir diesen typischen Pass halt in den Rückraum nicht machen. Okay. So bitter. Mitlaufen. Kommt. Fokus. Fokus. Solider Kopfball. Gut, wachs oben. Komm mal. Hälfte hinten nochmal. Boah, fällt der weg. Ja, komm, komm, nachsetzen. Wer hat den Ball. Werner. Achtung unten. Er geht durch. Jo. Oder ist der Ball wieder weg? Na, sorry. Oh, ist doch noch drinne. Hält dann diese eigene Hälfte, ne? Drücken, wie viel zu viel ein bisschen. Hör mal. Ich bin da. Sag es. Bitte, bitte. Nochmal. Schade. Oh, ich wollte den Fackeln, ey. Na, da konnte es, glaube ich, auch nichts anderes mal richtig machen. Ach. Lewandowski. Ach, komm. Ach, das war jetzt. Mittellinie, Mittellinie. Wir müssen da schnell rausrücken, weil die machen mag ich mal einen schnellen, ne? Und jetzt. Mitlaufen. Über Lockerlinie, gerade noch. Dennis, geh du mal zu dem dunkelhäutig pigmentierten. Und. Achtung. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Achtung. Sicherheits. Ach. Das hätte gefährlich werden können. Stunden lang. Na. Das könnte gefährlich werden. Boah. Mal zu lang den Ball gehalten. Ja, da konnte man wirklich was. Doch vorher waren drei Leute frei. Achtung, der Schatz hat er gespielt. Da waren alle zwei. Hammer. Ballverlust. Da holt er den Ball zurück. Soll. Ich werde hier einfach Fokus dann. Achtung, oben wieder. Hat Abseits. So? Ne. Ja, hier finden wir im Moment auch wieder, das war Abseits, aber. Ich hab Fokus einfach verloren. Füß nicht in der Ecke oder so. Keine Ahnung. Weiter. Nice. Nochmal. Fokus bekommen. Um. Auf. Schön auf den Post. Achtung, lange auf kurz erfassen. Genau, machen wir es auch mit weiterleinen. Wir kommen zu schön. Achtung, grün, vielleicht gibt er dir. Kommt. Ohne. Ecke kommt. What the fuck? Aufpassen, der kommt noch mal. Ja. Abgedockt. Nö. Jetzt schnell guter Bar. Nein. Hoho. Jetzt vielleicht. Nein. Ja, ich hab erst gewartet. Ich hoffe, sie noch vorne. Das war das Problem. Oben, oben, oben. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Jawohl. Aufpassen, die Jungs hinten. Anders können wir tauschen, noch. Wann mal. Kann ich nix machen. Achtung. Äh, kommt noch ein. Der liegt. Ja, sehr schön. Ja, warum er das war. Warum? Bomben, Gräte. Wenn ihr im Ball laft, machen wir es nicht. Mach mal laft. Dann durchzubügeln. Ah. So, es geht auch zu dem. Der große hier war so. Achtung. Ach. Ohne Verwalt. Ah, ist egal. Ich bin Dennis. Okay, dann gehe ich dir hin. 16er. 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 Aquard 1er. Wenn der so hält. Da kommt die Ecke. Und jetzt die Chance. Du schuierst nicht glauben. Vierer Kette hinten bleiben am besten. Jetzt ja auch nicht groß. Rechts. Oder heiligen. Ja, doch. Warte, ich komme rechts rüber. Dann muss man rechts. Ja, ja. Wenn es rv auszupacken ist, dann auch bringen die Appelkette dann gleich. Oh mein Gott, jetzt ist die Mitte. Ah, weil. Komm nach vorne. Kein gutes Timing. Ah, Abseits. Abseits. Okay, ich stimme mal ganz kurz. Ich stimme mal ganz kurz ein bisschen. Ich bin einfach irgendwo. Ja, ganz zu viel. Ja, links ist besser. Und Tim und Schiri. 3. 2. 2. 1. Kommt. Ja. Das war ja. Drei waren. Was machst du? Ja, bring ihn. Sag die Punch. Er war noch gefährlich. Oh, das ist... Retour, Retour, Retour. Du warst denn, komm. Ja. Was ist denn? Ich hab' den. Ich hab' den. Ich hab' den. Oh, jung, Alter. Hartes. Unkünftiges Spiel. Trotzdem hat'n Mentor machen müssen. Ja, dir aber auch. Dennis muss durch alle Menüs durchgehen, oder? Ach so, ja. Ah, das ist schwer. Mach du Gumi. Hm. Hä, wer ist jetzt für mich? Okay, ich fahr' weg. Ciao, ciao. Ja, es ist die Nettung. Ja, Womi, Dennis oder ich? Wir haben alles 7,5. Ja, gib' kein. Ja, dann würfelt's. Ja, dann würfelt's. Ja, ich war entscheidend nicht, weil das Spiel noch nicht zu Ende ist offiziell. Richtig. Nee, das stimmt. Äh. Also würfelt's rum. Ich, ich bin für mich. Er wird sagen Dennis. Na, ich würde auch sagen. Ach so. Ja, alle die sind scheiß Schleim und alle Lieder. Komm, 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 komm. Schau, warte mir. So. Schau, du. Boah, die haben mich brutal umgegrätscht hier. Sauf, Chris, sauf. In vorne. Warte. Wer kommt? Weißt du? Meine Gott. Ah, es lockst es zu langsam. Eckball. Eckball. Oh, die Screens sind gemacht auf jeden Fall. Nice. Also mehr oder weniger, ja, also. Ich bin durch die Menüs gegangen, musste die auf jeden Fall anschauen. Weil ich bin da wirklich durchgehustelt jetzt gerade. Ah, alter Jungteil. Was für ein Geld ist das Letzte? Aber gegen Tatanacho haben wir irgendwie immer unsere Probleme so, ne? Ja. Das werden die es aber auch von uns sagen. Ey, das Mäse, was die halt gemacht haben, die haben außen einen wegzogen, der dann ein bisschen mehr es abseits aufgehoben hat. Und wieder ist halt einer von der Mittellinie gefüllt losgerannt und dann durchgelaufen. Das war mitgerannt bei mir, das ist auch hart. Ja, du kannst ja auch nicht jedes Mal dann einfach direkt rennen. Weil du halt sonst dann wieder zehn Meter nach hinten rennst, das abseits aufhebst und dann halt auch andere Pässe durchschlagen könnten. Das war immer so das Problem. Aber das Unentschieden bringt uns mehr jetzt nicht. Aber immerhin einmal zu null, ne, Alex? Ja, ist echt gar nichts. Mir ist es einmal zu null. Gracias, Oliveira. React White , Co Amen. 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 Amen.